Herzlich willkommen zum Autobahn, meine Damen und Herren. Mit dabei ist die Pinky und natürlich die Juna und ich bin der Murphy und wir werden jetzt dieses Spiel rocken. Tutut! Oh nein, ich muss fahren. Ach nee, Tutut ist ja mehr so. Wir müssen alle fahren. Oder soll ich gehen? Du kannst ja auch steigen und hinterherlaufen. Ja. Ich bin drei in. Jemand hoch? Jemand hoch? Jemand hoch? Ja, ob jemand mir den Ball hochmachen kann. Okay, ich bin hoch die ganze Zeit. Nur noch hoch? Ja, 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 ja. Nein! Das hat keiner gesehen, was ich gemacht habe. Citronic, hier in die Mitte, in die Mitte. Ah, da ist der Gegner, da ist der Gegner. Pluto, Pluto. Ich sag alles doppelt, ich sag alles doppelt. Bitte nicht, bitte nicht. Oh, da kam die Juna und der Murphy hat es nicht gesehen. Schade. Nee, du hast zu lange gezögert. Der wäre vorher dir dran gewesen. Ja, und das ist mein Problem. Ich zögere immer, solange das ist. Deswegen ist es auch gut, dass ich nicht im Wilden Westen geboren bin. Ja, du wärst schon längst tot. Ja, ja, ja. Nein, da kam ein anderer. Ja, du wärst der Bade gewesen, der die Geschichten erzählt, von denen, die... Ja, genau, genau, genau. Uh, jetzt haben sie mich hier überspielt. Schön geblockt. Das habe ich ja noch nie gelesen. Gelesen? Gelesen, ja, hier in den... Na, in den Chat? In dem Chat. In dem Chat. Oh, ja, 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 ja. Ja, das sieht Duna aus, das sieht... Nee, nee, kann ich nicht. Ja, lol. Aber Pinky wird es anerkannt. Aber es ist eindeutig von Juna gewesen. Das haben wir alle gesehen. Ich habe, ich habe nur die geblockt. Was für ein Eklat hier bei Rocket League. Den einen habe ich nur weggemacht, den anderen habe ich weggekickt eben in der Luft. Weggekickt? Ja, ich habe ansonsten... Nein, ich habe nichts gemacht. Ach, Quatsch. Weggemacht. Ich habe die nur verwirrt. Ich habe da nur Blödsinn gemacht. Ja. Verwirren? Alles gut gemacht von Pinky. Alles richtig gemacht. Pinky hat hier alles richtig gemacht. Ah, shit. Okay, 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 okay. Egal. Schön geblockt. So, ich möchte das nochmal lesen. Bitte schreib das nochmal. Gottes Willen. Oh, Gott. Was für ein Moment. Boah, ja, das war geil. Das nochmal, bitte. Nochmal. Nicht, jetzt habe ich gerade Ruckler. Gleich wieder, wenn es wieder besser ist. Der Ruckler, jetzt bei Eis.de. Oha. Jetzt habe ich das langweilige Rückwärtsfahren von Pinky mal gemacht. Das war furchtbar. Und Ping, da ist das Rennland fertig. Vielleicht ruckelt es ja jetzt nicht mehr. Puh, mein Boost. Aha, 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 aha. Okay, okay, okay. Oh, da hat er gepasst. Ja. Aber jeder ist hier im Tor und verhindert Schlimmeres. Ja, das aber jetzt ihr, ne? Diese Frau ist einfach nur geil, Mann. Ja, von morgens bis abends. Von morgens bis abends. Leute, Leute. Oh. Heiße Situation. Oh shit. Das habe ich nicht besser hingekriegt. Oh shit. Das war wirklich nicht gut. Sensationell hier nach vorne gespielt. Der Murphy ist hinten im hinteren Drittel. So wie ich. Aber er fährt jetzt nach vorne mal. Okay. Oder auch nicht. Nee. Nee, nee, nee. Aua. Oh. Kannst du mir das auch sagen? Muss man nicht immer buffen. Doch. Nee. Könnte das einer nochmal buffen? Nein, doch nicht daneben. Der ging sogar von alleine theoretisch rein. Aber du solltest nur noch anbuffen. Ja, weil sie nochmal angebufft hat schräg. Ach so. Ja, ich wollte buffen. Geht doch gar nicht hoch. Oh, was für ein Flug. Und leider... Oh. Das wäre ein super Tor geworden hier. Von der Yuna. Ich wollte eigentlich auch fliegen, aber... Na ja. Oh Gott. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Scheiße. Ich krieg den da nicht weg. So, jetzt. Oh, Leute. Oh, lol. Au. Oh, nein. Oh, oh, oh. Geil. Ich hab den einen gegen den anderen gekickt und dann kriegt der Pfeil weg. Yuna spielt hier Billard. Ach, schön. Billard-Rieg. Oh, ja. Es gibt tatsächlich auch Billard-Spiele. Ja, ja. Oh. Oh, schade. Ich meine real natürlich. Ach so. Ja. Ich hab kein Boost. Das ist ja... Ach, schade. Oh. Gott, das ist aber schade. Äh. 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 Ich hab hier schon wieder einen Boost. Nein. Nein. Ich hab das. Ich flieg daneben. Nein. Nein, 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 nein. Ich guck gerade zu, wie ihr das macht da. Ja, deswegen ist der Ball nämlich hin, weil du nur zuguckst. Mann, Yuna. Spiel doch endlich mal mit. Mach deinen Job. Okay. Mach deinen verdammten Job. Moment. Als Eigentorspielerin oder als Torwartin? Oder als Angriff? Also so wie ich gerade nicht. Oder? Ah, doch. Es war noch, wurde noch gefährlich jetzt. Oh, dammit. Ach, Mann. Ich auch. Aber Pinky macht fast das Tor. Mach's doch nicht immer so spannend. Du hättest nicht noch reinmachen können, weißt du. Mann. Aber wir haben... Ist es der dritte Sieg in Folge, meine Damen und Herren? Oder nicht? Das wird sich jetzt zeigen und es ist... Der Sieg. Geblockt. Sieg. Wow. Oh, das ist sehr schön. Ach, das tut gut. Ja. Das tut gut, das tut gut. Ja, 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 ja. Oh ja, das tut richtig gut. Was tut denn richtig gut? Soll ich weitermachen? Ist okay. Dankeschön. Ja, ja, ja. Ja, das tut richtig gut. Okay, dann tut's ja richtig gut. Ja, das ist richtig gut. Das tut richtig gut. Richtig, richtig gut. Richtig gut. Wenn dir was gut tut, dann das. Richtig gut.